Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu der ersten Folge meines neuen Formats, ihr habt abgestimmt. In letzter Zeit poste ich sehr viele Umfragen und ich hatte auch zwei Umfragen gestellt gehabt, die ich vielleicht in die Tat umsetze oder vielleicht auch nicht, je nachdem wie das Abstimmungsergebnis lautet. Diese beiden Umfragen habe ich vor ungefähr zwei Wochen gepostet gehabt. Eine Umfrage lautete, soll ich mir die Augenbrauen abrasieren? Und da haben 67% mit Ja geantwortet und das habe ich getan. Dann hatte ich noch eine zweite Umfrage gestellt gehabt. Und zwar, soll ich mir den Bart ohne den Schnauzer abrasieren? Und da haben 55% mit Ja abgestimmt. Und auch das habe ich getan und das werde ich euch jetzt zeigen. So, ein bisschen Spannung aufbauen. Hier seht ihr schon mal den Schnauzer. Und es ist kein Bart mehr da. So, ich glaube, den Schall nehme ich mal ab, damit ihr das alles schön betrachten könnt. Schaut nun mein wagenloses Gesicht an. Nur ein Schnauzer habe ich. Und keine Augenbrauen. Und eine Glatze. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. So, das war es jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Oh, 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 oh Vielen Dank.